Kann's losgehen? Das war ein schöner Arnie! Naja, ich muss ja erstmal warten, dass sich das lohnt. Er muss doch jetzt so langsam, na also. Oh yeah! Das ist geil. Find ich nicht so. Doch! Find ich nicht so. Jetzt voll auf dem Boss durchziehen. Ich geb mal direkt die In-Speed, müsste eh wieder frei sein. Ja genau, ich würd sagen in der Phase mag es einfach schon versuchen, als es so gut es geht einzufangen. Auf jeden Fall die Dings von Xai runter. Die Meleys dürfen auf gar keinen Fall auf Xai hängen. Der Sternchen ist weg. Bombeee! Hehehe. Hehehe. I want to slaughter! Hehehe. 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 Auf jeden Fall! Hehehe. I skull war das ja... ...wanns Du rändern in der letzten Phase. Naja, da geht es doch rechtzeitig wieder frei. Vielleicht kriegt man halt ein bisschen Schaden auf die Boste, damit ich das halt ein bisschen Zeit muss ich sagen Alter Langweilig Ich werd den ersten von den Kommandos am besten zu zählen, oder? Oder besser von den Outlaws in der letzten Phase Ja, ja Ich kann auch mal mit den Scheinen Ach, diesen Stun machen die gar nicht, ne? Ach, deshalb machen die aber direkt hier einen Kick. Ja, genau. Mag es schon mal schön die Erste einfangen, dass Xay dann gleich direkt komplett gucken kann. Was ist wieder da? Oh, ich probiere es jetzt mal mit dem Sonic, wir waren da ja. Okay, dann schläf ich mich ran. Ah, ich hab den nicht abbekommen. Ich hab reflektet. Doch, ist immer noch drauf, scheiße. Ich weiß nicht, aber der schwappen von den Ätzes im Story Mode echt süß. Begleicht zum Atmung definitiv. Äh, Cardo Russo kommt danach noch einmal, ne? Mhm. Äh, außerdem brauchst du nicht unbedingt rauslaufen, Huxa. Wenn da irgendwas dabei bist, irgendwas zu casten. Also wenn da irgendwie drei beieinander sind oder so, vielleicht, oder sonst. Du bist recht gut, Cardo. Danke! Er wird okay. Der macht auf dir auch nix im Essen. Huxa. Wir müssen das jetzt enden! Let's enden! Oh, da sind auch schon alle. Oh, da kommt doch kein Cardo Russo mehr. Ups. Okay. Schild kriegt das Wartpreis nicht. Da ist es. Boah, ey. Da. Ich stell mal hier im Schild auf. Oh, du, du. Oh, du, du. Oh, du, du. Miss player mitzs jählen. Ne, ich habe gerade kein Disparable frei. Musst je schon über die ganzen anderen dämlichen Typers runternehmen. Ich hab grad mal ein bisschen zingetragen, ich hab ein leichtbomben hier Ich kann grad nicht dispellen, ich hab auch echt Hitzeprobleme, keine Ahnung Nein, Mann, ich stand doch ganz normal hier drüben, wo hab ich denn dann noch Schaden gekriegt Kannst mich nur so aufheben? Ach, ich hab noch irgendwas, ich schmeiß mal gut da rein Ich muss mich ja nicht hochziehen, aber wenn ich da aufheben kann ich noch ein bisschen Damage machen Ah shit, verpickt Äh, ne, ich hab nix mehr Okay Ich bin gleich tot, ich kann doch nix dagegen tun Äh, ich hab Xy noch mal auf, vielleicht reicht's noch, keine Ahnung Er hat noch 34% Ja, von ihm hab ich erstmal keine Energie, das ist das Problem Nein Äh, kein Abo von dir muss ich nicht zahlen Nene Ah shit Nein, der haut aber richtig rein, der Cadoruso immer, wenn er sein komisches Venom-Ding da macht Das hat mich, äh, vorhin auch was verlegt, weshalb ich die Gruppe nicht mehr hochgekriegt hab Ich hab's gleich Ich hab's geist Ich hab's geist Und ah je! Kann das auch noch fast schweigen? Oh ne! Das ist falsch! Oh geil! Aber doch war bisher der schwerste, oder?